Entdecken Sie jetzt Ihre Lieblingsexperten auf Wikisana. Herzlich willkommen in meinem Format Krankheitsdetektiv Rolf Janssen-Rossek, Krankheiten unter der Lupe. Für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Rolf Janssen-Rossek, ich bin Arzt und habe 50 Jahre Erfahrung, unter anderem auch in der Gesundheitspolitik, aber in jedem Fall in der Drogmedizin und Umweltmedizin. Beide Ausbildungen sind insofern hochinteressant, weil man hier immer fragen muss, was hat der Patient gemacht, in welchem Umfeld ist er groß geworden oder auch krank geworden? Und das sind die spannenden Fragen, die wir eben halt klären wollen. Wir müssen eigentlich alle, obwohl wir ja als wandelnde Lexika erzogen werden als Ärzte, wir wissen ja so viel, müssen so viel auswendig lernen, müssen aber immer wieder daran denken, dass wir im Grunde wie die Detektive arbeiten müssen, wie Sherlock Holmes eben seine Fälle löst. Und wir wissen ja, der Gartner ist nicht immer der Mörder und wir müssen eben auch in der Medizin besonders detektivisch vorgehen. Das ist eben halt meine Vorgehensweise. Wir suchen die Ursachen und versuchen alle Indizien eben halt zusammenzubringen. Also herzlich willkommen zu einem neuen spannenden Fall, gleich nach dem Intro. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dieses neue Sendeformat haben wir extra für Sie gegründet, damit Sie die Hintergründe einer Vielzahl von chronischen Erkrankungen verstehen können. Der Infektionsdetektiv Rolf Jansen-Rosek ist Arzt, Umwelt- und Tropenmediziner und hat sich freundlicherweise bereit erklärt, für Sie und uns diese Sendereien zu machen. Mit über 50 Jahren Erfahrung mit Infektionen dürfen Sie eine anspruchsvolle Sendung erwarten. Deshalb sei hier hingewiesen, dass diese Sendung eine wichtige Seite für Betroffene aufzeigt, sich aber besonders an das medizinische Fachpersonal zur Anregung weiterer Labordiagnostik richtet. Und nun übergeben wir das Wort an Rolf Jansen-Rosek. Viel Vergnügen! Ja, zunächst Dank für eure Zusendungen. Ich freue mich immer, wenn ihr Anregungen mir gebt und ich wieder neue Themen auch mit aufnehme in mein großes Spektrum von Infektionen und auch chronischen Erkrankungen, wo wir die Ursachen eigentlich suchen wollen. Und heute habe ich wieder ein eigentlich tragisches Beispiel. Ein guter Freund von mir ist aus dem Leben gegangen und die Frage war, Wie ist so etwas möglich? Was gibt es noch für Dinge, die zu berücksichtigen sind? Ich glaube, der große Fehler, der immer wieder begangen wird, ist, dass wir Alter als Krankheit sehen und dass wir oft nicht berücksichtigen, dass wir im Laufe des Lebens besonders Erreger sammeln, Infekte sozusagen, versteckte Infektionen haben, chronische Infektionen haben, chronische Parasitosen haben. Und oft ist es eben so, dass diese Krankheitsbilder lange Zeit brauchen, bis sie sich entwickeln. Und sie brauchen eben die Lebenszeit sozusagen. Dann bin ich etwas älter oder schon alt und dann wird eben halt das, was der Gesundheitszustand nicht mehr hergibt, die Erkrankung, die vielen Symptome wird eben dem Alter zugeordnet. Das kann ja sein, aber es ist fast immer falsch, weil man eben halt auch hier nach den Ursachen suchen muss. Und Alter sozusagen schützt auch vor dieser Detektivarbeit, die ich mache, überhaupt nicht. Wir müssen eben der Sache nachgehen. Und jedem ist bekannt, fast jedem eigentlich, dass es Krankenhauskeime gibt, die diesen speziellen Namen haben, MRSA, ausgesprochen Methicillinresistente Staphylococcus aureus, also ganz bestimmte Kocken, ganz bestimmte Erreger, von denen wir fast alle schon gehört haben aus den Medien. Das Tragische an diesen Erregern ist, dass sie sehr häufig sind, dass sie sehr häufig eben auch von Person zu Person übertragen werden. Und das setzt natürlich bestimmte Hygieneregeln voraus. Nicht so krass, wie das jetzt gerade bei Covid der Fall ist, aber wir müssen halt immer an diese Erreger denken. Und wenn ich jetzt älter bin und habe bestimmte Symptome, zum Beispiel Herzsymptome, heißt das ja altersbedingte Herzschwäche, und wenn die Symptome so stark werden, dass ich eben einen Arzt aufsuchen muss und der möglicherweise sagt, du musst ins Krankenhaus, dann ist man eben halt im Krankenhaus. Und das bedeutet natürlich, ich habe mit anderen Menschen zu tun, ich komme möglicherweise in Kontakt auch direkt oder indirekt mit anderen Patienten und deren Erregern. Und so muss man natürlich immer davon ausgehen, dass unter Umständen, wenn sich das Krankheitsbild verschlechtert, dass das nicht unbedingt, sagen wir mal, an der Herzinsuffizienz liegt, die sich jetzt nicht mehr behandeln ist, weil der Patient schon 80 oder vielleicht sogar noch älter ist oder 90. Und das führt eben halt dazu, dass wir oft auch in den Kliniken nicht daran denken, die Patienten auch noch auf Infektionen zu screenen, wie wir sagen. Also jedes Mal regelmäßig dafür zu sorgen, dass bestimmte Abstriche gemacht werden, wie das eben hier beim MRSA-Erreger gemacht werden muss. Auf der Haut, das ist ja eigentlich ein normaler Hautkeim, der aber unter bestimmten Bedingungen, nämlich unter den Bedingungen der schlechten Krankheitsentwicklung eines Patienten, wo er als Trittbrettfahrer sozusagen auftritt und natürlich nicht nur auf der Haut dann sich bewegt, sondern er im Körper natürlich auch den Darm infizieren kann, sämtliche Organe infizieren kann, vom Gehirn bis zum Herzen, oft eben halt auch eine Herzmuskelentzündung machen kann oder sogar das, was wir als Blutsenkung, als Blutvergiftung betrachten, wie das als Kinder uns beigebracht haben mit diesem Strich. Aber das ist natürlich nur eine spezielle Sache, wenn man sich zum Beispiel eine Hautverletzung zuzieht. Aber hier geht es eben halt um eine eigentliche Bakterimie, um eine Sepsis sozusagen, die dann eben halt das Krankheitsbild des Patienten, die Grundkrankheit noch verstärken kann. Und wenn man hier eben nicht aufpasst und wenn man hier nicht bestimmte Regeln einhält, die eigentlich alle vorgeschrieben sind, dann kann es zu katastrophalen Ketten kommen. Und in diesem Fall war es wohl so, dass mehrere Krankenhäuser hintereinander aufgesucht worden sind, wegen der Verschlechterung des Gesamtzustandes, weil dieses oder jenes Krankenhaus spezielle Untersuchungen macht oder eben halt auch spezialisiert ist, sodass man dann eben halt den Patienten unter Umständen verlegen muss, wie man sagt. Und bei dieser Verlegung kommt man natürlich wieder unter Umständen mit neuen Teams, die sich transportieren oder eben halt auch mit dem neuen Team im Krankenhaus in Kontakt. Und das Problem ist eben halt, wenn man jetzt diese Untersuchung nicht konsequent am Anfang macht und sieht, ob der Patient möglicherweise zusätzlich zu der Grunderkrankung auch noch eine Besiedlung hat mit Keimen, die möglicherweise auch Überhand nehmen können und eben halt zu schweren Verläufen führen können, die manchmal mit Fieber verbunden sind. Und dann vor allen Dingen, ganz wichtig, wenn der Krankheitszustand sich verschlechtert, wenn diese Sepsis sozusagen zunimmt, diese Blutvergiftung zunimmt, dann kann man auch bei solch einem Keim, der ja hochresistent sein kann, wo bestimmte Antibiotika schon überhaupt nicht mehr wirken, auch in eine schwierige Situation kommen. Das heißt, hier gilt der alte Spruch, während den Anfängen. Was ich sagen will, bei der Detektivarbeit konnte ich jetzt hier nicht behilflich sein. Ich will nur sagen, wir müssen alle als Ärzte detektivisch denken und manchmal muss auch eben halt die Verwandtschaft mitdenken oder der Patient möglicherweise selber und auch diese Dinge unter Umständen ansprechen und da eben nochmal nachfragen. Dies wurde hier wohl offensichtlich nicht gemacht. Und das Problem ist erst aufgefallen, nachdem das dritte Krankenhaus aufgesucht worden ist. Und da war die Situation schon sehr schwierig. Was kann man allgemein zu diesem MRSA-Keim sagen? Wir sehen eben halt, dass es auch in Europa große Unterschiede gibt bei der Vorgehensweise. Es gibt einige Artikel, die habe ich mir nochmal im Hinblick auf diese Sendung hier rausgesucht, die in Deutschland eben davon ausgingen, ich will jetzt den Autor nicht zitieren, dass man das als Diskriminierung sieht, wenn man den Patienten, wie das ganz zu Anfang mit dieser Problematik sehr streng gehandhabt worden ist, diskriminiert, wenn man ihn eben halt isoliert. Das ist also eine Isolierung auf der Station. Das ist ein spezieller Tisch mit Desinfektionsmitteln, der vor dem Krankenzimmer steht. Das sind die speziellen Anzüge oder auch Kittel, Handschuhe, Gesichtsschutzmasken und so weiter, die dann das Personal anziehen muss. Und da ist man nicht ganz so konsequent immer. Und in diesem Falle hat das wohl dazu geführt, dass der Keim einfach seinen Weg gefunden hat zum Patienten, dass er eben halt in mehreren Krankenhäusern gewesen ist. Es konnte sich dann diese Sepsis, diese Blutvergiftung ausbreiten und ihn ganz konsequent eben halt belasten. Und so ist er am Ende dann doch nicht mehr zu retten gewesen. Das heißt, auch die Interventionen, die dann erfolgten mit Antibiotika zum Beispiel hochdosiert und kombiniert, haben eben nicht mehr das Leben retten können. Und hier, finde ich, ist es wichtig, dass wir begreifen, Alter ist keine Krankheit. Und wir können bei Grunderkrankungen immer davon ausgehen, wenn die sich sehr stark verschlechtern, wie in diesem Falle, dass dann andere QR-Faktoren dabei sind. Und das sind meistens Infektionen. In Holland, ich habe mich auch eine Zeit lang in Holland aufgehalten und kenne mich also auch da mit der Strategie aus. In Holland wird eine ganz konsequente Umsetzung nach wie vor gemacht. Die Hygienestandards sind extrem hoch. Es gibt eine strikte Isolierung von den Risikopatienten und es wird auch eine Weiterverfolgung der besiedelten Patienten, also wo man eben die Nachweise machen kann, außerhalb der Klinik ganz konsequent durchgeführt. Sodass manche deutsche Patienten, die mal in Holland ins Krankenhaus kommen, überhaupt komplett überrascht sind und manchmal auch befremdet sind, wie konsequent damit umgegangen wird. Aber der Erfolg spricht für sich. Die Holländer haben also mit der Problematik MRSA, Methicillin, resistente Staphylococcus aureus, in den letzten Jahren perfekte Werte produzieren können, das Problem enorm eingegrenzt. Und für die Holländer sind jetzt schon Risikopatienten die Patienten, die aus ausländischen Kliniken kommen, weil sie da vorbehandelt worden sind, oder auch Schweinebauern. Denn das Interessante ist, es gibt eben halt drei Möglichkeiten, sich damit zu infizieren. Das ist einmal natürlich im Krankenhaus, wie in diesem Falle wohl geschehen. Ob der Patient vorher eben belastet war, ist unbekannt. Das wurde auch vorher nicht abgeprüft. Die zweite Möglichkeit, ich kann mich eben halt direkt in der Community sozusagen anstecken. Und die dritte Möglichkeit, die ist ganz wichtig, denn die meisten Infektionen kommen hier aus der Tierzucht, weil hier teilweise Antibiotika als Mastbeschleuniger eingesetzt werden. Darüber gibt es wunderbare Belege, kann man alles nachlesen. Und es gibt hier hohe Resistenzen. Das heißt, der Schweinebauer als solche oder jeder, der als Schlachter oder eben halt auch Metzger möglicherweise mit rohem Fleisch zu tun hat. Natürlich auch wir, wenn wir in der Küche kochen, haben wir ja auch mit rohem Fleisch zu tun. Da sehen wir eben halt unter Umständen die Möglichkeit, dass man sich infizieren kann. Also, ganz wichtig, denkt daran, dass solche Dinge immer wieder passieren. Und man soll nicht nur sagen, ja, furchtbar, der Kranken muss keinem, sondern man muss konsequent dann auch Möglichkeiten finden für den Patienten, wenn sich sein Krankheitsbild verschlechtert, muss das abgeklärt werden. Und die Frage einfach zu stellen, ist das untersucht worden, sind diese Untersuchungen gemacht worden, welche Ergebnisse liegen vor, das kann ja auch jeder Verwandte verlangen und kann eben halt da auch mit dem Arzt drüber sprechen. Und die Ärzte sind ja offen und können dann auch kommunizieren. In diesem Falle wurde das übersehen. Deshalb sage ich, immer wieder nachfragen, immer wieder neugierig sein, immer wieder die Forensik nochmal verbessern. Der erste Detektiv hat es nicht gefunden, der zweite nicht und der dritte hat eben doch nochmal andere Dinge in Zusammenhang gebracht oder andere Fragen gestellt. Wenn ihr also mehr zu diesen Dingen wissen wollt, wenn es auch euch um die Ursachenbeseitigung geht, wenn es auch euch darum geht, chronisch gesund wiederzuwerden, kommt auf meine Internetseite, www.rolfjanssenrossek.de, abonniert meinen Newsletter und ich bin dankbar auch für jede Anregung, für neue Themen, die für euch spannend sind und wenn ich dann sagen kann wieder, kommt auf meine Seite, kommt in mein Format, Rolf Janssen-Rossek-Krankheitsdetektiv, Krankheiten unter der Lupe. Wieder ein spannendes Thema in der nächsten Woche. Ich freue mich schon auf euch. Bis dahin. Vielen Dank an den Infektionsdetektiv und Arzt Rolf Janssen-Rossek. Wenn Sie erweiterte Informationen zu diesem Thema suchen, dann besuchen Sie die Homepage www.rolfjanssenrossek.com. Hier finden Betroffene einerseits zahlreiche wertvolle weitere Informationen, andererseits aber können medizinische Fachkräfte sich vertieft mit diesem Bereich beschäftigen. Es ist uns wichtig, dass wir so wertvolles Wissen eines erfahrenen Arztes Ihnen vermitteln durften und hoffen, dass dieses Wissen nicht verloren geht, sondern durch Menschen wie Sie weitergetragen wird. Vielen Dank.